Das Standardmodell, das Exportmodell, die Sonnendachlimousine und das Cabriolet, zwei Wagen in einem. In der Mitte treten Sie noch näher heran. Hier das typische VW-Gesicht. Kräftige moderne Stoßstangen, geschmackvolle Scheinwerfer mit weitgreifendem Lichtkegel. Superballonreifen verschlucken die Unebenheiten der Fahrbahn. Schwenkbare Drehfenster, ideale und zugfreie Durchlüftung. Gut geschützte Säcke, zwei Bremsleuchten mit Schlusslicht und Rückstrahlern gefällig kombiniert. Und nun ein Blick ins Innere, an der raffiniert durchdachten Armaturentafel, alles was zum Fahren notwendig und nützlich ist. Hier das übersichtliche Zentralinstrument, direkt im Blickfeld des Fahrers. Raum für Autoradio, geräumiger Handschuhkasten, an der Lenksäule der Winkerhebel, flinke Scheibenwischer, griffiges Zweispeichenlenkrad. Und nun die bequemen und verstellbaren Vordersitze.